Hello, hello, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Folge stelle ich dir das Mindset vor, dass, mal wieder natürlich, Power over Force regiert und eventuell kennst du den Film Star Wars, wo der Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi sagt, May the Force be with you, aber ich sage dir etwas anderes, May the Power be with you, let's go. Also, als ich von der Grundschule ins Gymnasium wechselte, war natürlich eins der ersten Dinge, die anstanden, der Fototermin und meine Mutter war ganz aufgeregt, ja, sie hat gesagt, bitte Deborah, das ist das erste Bild auf dem Gymnasium, ja, jetzt in der fünften Klasse, neue Schule, neue Lebensabschnitt, ja, gib dir Mühe, Lächel auf dem Foto, das soll eine schöne Erinnerung werden. Und ich so, ja, okay. Aber dann kam etwas dazwischen und zwar eine Abfrage im Fach Biologie. Ich weiß noch genau, meine Lehrerin Frau L. hat mich abgefragt zur Thematik, was einen Menschen von einem Roboter unterscheidet. Und ich sagte, diese verschiedensten Dinge, die man in dem Alter so sagt, naja, also der Mensch hat eine Haut, ja, der Roboter nicht, wobei man das heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr als Kriterium nennen könnte, ja, aber du kannst es dir vorstellen, was eben so in einem Kopf von einem Zehn, nee, damals schon elfjährigen Mädchen rumgeht, ja. Und dann hat sie mich gefragt, ob ein Roboter denn fühlen könnte. Und ich sagte, ehrlich gesagt, ich kann es mir vorstellen, ja. Und sie hat mir daraufhin dann eine Note 3 gegeben, was für mich natürlich ein absoluter Weltuntergang war, ja, weil in der Grundschule, ich kannte nur Einsen, das Schlechteste war eine 2, ja. Ich kannte nur Einsen, dann kommst du aufs Gymnasium und kriegst voll den Realitätsschock, ja, kommst dann mit einer 3 aus der Abfrage raus und ich war sehr traurig und sehr frustriert, weil ich auch versucht habe, es ihr zu erklären. Ich sagte, hey, aber die Roboter, die können uns schon irgendwie verstehen und nachvollziehen, vielleicht nicht fühlen, also vielleicht ist das das falsche Wort, aber irgendwie kommen sie doch an uns ran. Und sie meinte nur Nein. Und das ist eindeutig menschlich und gab mir eine 3. Heute in Zeiten von AI wissen wir, dass die Roboter aufgrund von Algorithmen, ja, künstliche Intelligenz, uns in kürzester Zeit teilweise näher stehen als unsere engsten Freunde oder Familienmitglieder oder ein Partner, der eventuell da ist. Und das ist natürlich krass. Selbstverständlich fühlt der Roboter dich nicht, aber ich bin mir sicher, wenn du mal mit einer KI längere Zeit interagiert hast, wirst auch du die Erfahrung gemacht haben, dass er dir so vertraut vorkommt, dieser Roboter, dass er dich zu verstehen scheint, dass du eine Sympathie für ihn entwickelst. Und wir alle wissen, Deborah Day-Doktor hat es bereits in einer Podcast-Folge erwähnt, dass sich immer mehr Menschen auch in Roboter verlieben. Das bedeutet natürlich nicht, dass die KI dich liebt oder dich wirklich fühlt in dem Sinne, aber sie passt sich eben deinem Nutzerverhalten an. Auf jeden Fall, nachdem die Abfrage beendet war, gab es im Anschluss dann das Klassenfoto. Und wie man unschwer sehen kann, war ich nicht sehr begeistert. Ja, mir wurde bewusst, okay, Schule wird hart, wenn du von der Meinung des Lehrers, von der Lehrerin abweichst. Wenn du nicht dem entsprichst, was die Autorität von dir verlangt, dann wirst du mit einer schlechten Note bestraft. Und es war auch so die Einführung in das System Strafe auf dem Gymnasium, dass du eben eindeutig mit dem übereinstimmen musst, was die Autoritätsperson dir vorgibt. Und wenn du eine andere Meinung hast, kann sich das in deinem Notenspiegel widerspiegeln. Ich war also sehr, ja, ich kann mal sagen, angepisst, sehr sauer und dachte mir so, oh mein Gott. Also ich dachte mir natürlich nicht damals wortwörtlich, oh mein Gott, was für ein Brainwash. Aber vom Vibe her läuft es darauf hinaus. Ich dachte mir, was soll das? Ich kann mir das vorstellen, sie kann es sich nicht vorstellen und ich werde jetzt dafür bestraft. Und deswegen ist das Basic Mindset im Leben, egal ob du jetzt Schüler bist, Student, berufstätig, Rentner, wer auch immer hier zuhört. Imagination schlägt immer Wissen. Das hat schon Albert Einstein, der berühmte Physiker, gesagt. Wissen ist begrenzt, die Vorstellungskraft nicht. Und deswegen muss ich auch diesem Jedi-Ritter aus Star Wars widersprechen. Es heißt nicht mehr, may the force be with you. Wir brauchen keine Force Energy, wenn wir uns die Bewusstseinsskala des US-Psychiaters Hawkins da zu Rate ziehen, der zwischen Macht und Gewalt unterschieden hat. Force Energy immer verbunden mit niedrig schwingenden Emotionen wie Scham, Schuld, Angst, Frust, Neid, Verzweiflung. Ein bisschen höher schwingend wäre Wut und Power beginnt ab 200 aufwärts. Also bewusste Intention, Neutralität, Courage, Zuversicht, Mitgefühl, Liebe, Empathie, Menschlichkeit. All das kannst du dir vorstellen. Enthusiasmus, das ist Power Energy. Und darum muss ich dem Jedi-Ritter widersprechen. Egal wie gesagt, wie alt du bist, wo du beruflich oder privat so unterwegs bist. Ich sage dir nicht, may the force be with you, ich sage dir, may the power be with you. Und Power ist immer deine Vorstellungskraft und deine Imagination. Denn was du dir vorstellen kannst, was du visualisieren kannst, kann real werden, wenn du langfristig den Fokus drauf setzt. Schau, meine Biologielehrerin, die konnte sich das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob sie heute noch lebt, aber KI ist auf jeden Fall heute so mindblowing. Ich wette, sie konnte sich das nicht vorstellen. Und deswegen ist es immer wichtig, auf deine Intuition zu hören, auf deine Vorstellungskraft. Lass dir von niemandem was ausreden, der sagt, das geht nicht. Du kennst vielleicht den Spruch, alle haben gesagt, das geht nicht. Da kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. So ist es auch. Lass dir deine Fantasie nicht kaputt machen von Menschen, die keine Fantasie haben. Glaub an deine Träume und bleib immer in deiner Power Energy. May the force, no, no, no. Jetzt hätte ich es fast auch falsch gesagt. May the power be with you. Keep it in the villa. Ciao. PS, meine Mutter fand es nicht schlimm, dass ich nicht gelacht habe. Sie hat mich auch nicht geschimpft. Aber ich persönlich habe lange darunter gelitten, dass ich auf diesem ersten Foto von einem Gymnasium nicht lächle. Aber heute finde ich dieses Bild am witzigsten und blicke damit oder darauf auch am meisten mit Genugtuung und Freude zurück, weil ich genau weiß, was dieses Mädchen, das ich heute als erwachsene Frau repräsentieren darf, gedacht hat. Das ist einfach witzig, wenn man sich mit seinem Vergangenheits-Ich auseinandersetzt und sich denkt, oh mein Gott, wow, wie weit hast du es schon gebracht rum. Wie gesagt, egal wie alt du bist, glaub an deine Träume, glaub an deine Vorstellungskraft. Denn was wir uns heute vorstellen, ist morgen Realität. Bewusstsein schafft Realität. Wenn dich das näher interessiert, hör dir auch unbedingt meine Folge an zum Thema, warum die Titanic bereits gesunken ist, bevor sie sank. Wo es auch darum geht, dass die Vorstellungskraft oft schon die Realität vorweg nimmt. Oder was heißt oft, immer. Das Immaterielle geht immer dem Materiellen voraus. Bevor es ein iPhone gab, gab es erstmal die Vorstellung von dem iPhone. Alles ist immer erstmal imaginär und wird dann physisch. Es gibt nichts physisches, was vorher nicht imaginär war. Keep it in the Villa. Ciao.